Einmal einen Applaus bitte! 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 Moin moin! Was bitte? Einmal einen Applaus bitte! 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 Oh ja, die gefällt uns nicht die Gude, deswegen verschmeckst du auch die Arme. Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank, danke, danke. Na, geht's euch gut? Wir haben gutes Wetter bekommen. Oh, wie toll wir jetzt ähnliche Musik machen. Das Karma ist auf unserer Seite. Ja, wollen wir weitermachen? Das geht an den coolsten Konzertbesucher heute. Das, da war die eine Seite, das geht an der besten und meine Nuance verstimmt, das hat er sofort gehört. Wir sind Profis. Jetzt legt los! Ihr könnt aber aufstehen. Ihr müsst nicht jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim 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 nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Outlast und ausgedrucken Attack Demonstration The final die In الخormung In hewanzlei Let the 17 On the chosen Let this world Be your hope Let the 17 Untertitelung des ZDF, 2020 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 We know that in our hearts, we know that in our hearts, the memories, the memories, the memories. Dankeschön, wir waren Dacey Ratch, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Danke.